Hallo und herzlich willkommen bei Pavel Kaplund digitale Fotoschule. Heute beschäftigen wir uns mit einer ziemlich wichtigen Frage, würde ich sagen. Ich werde oft gefragt, wie mache ich meine Videos überhaupt? Wer filmt mich? Haben wir eine sehr professionelle Kamera oder geht das auch mit kleiner Kamera? Kann man das überhaupt bezahlen, was wir da filmen? Ja, natürlich. Also Hugo steht nur da, also der sagt heute nichts. Und es geht jetzt um Folgendes. Ich kann sagen, man kann wunderbar mit iPhone filmen. Also ich habe jetzt iPhone 5. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dem iPhone 5 gleich eine Otterbox verpasst, weil iPhone ist einfach zu fein. Ist mir schon ein paar Mal runtergefallen, Kratzer. Deshalb richtig verpacken, sodass dem Ding nichts passiert. Das ist ganz wichtig. Und Sie kennen die Funktion. Also im iPhone können Sie die Kamera einschalten und dann die Kamera in Foto-Modus oder in Video-Modus versetzen. Man kann auch kleine Schnitte machen, also kleinen Filmschnitt mit iPhone machen. Das funktioniert ganz gut. Natürlich nicht so gut wie mit Premiere oder mit Photoshop, aber es geht hier natürlich auch. Und ich habe jetzt noch eine Hilfe mir ausgedacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so filme, also ich habe jetzt den Filmmodus umgeschaltet und filme jetzt so, dann ist alles gut und schön, alles wunderbar, aber auf Dauer geht das nicht so gut. Deshalb sage ich immer, also so mit iPhone filmen ist nicht so einfach und auch nicht so bequem. Speziell auf Reisen filme ich oft mit iPhone, weil ich möchte jetzt keine große Kamera mitschleppen. Und damit ich richtig schön bequem filmen kann, habe ich mir ein Stativ gekauft. Das ist ein Stativ extra für iPhone. Hier gibt es keine Schraubverschlüsse, also keine Schrauben, mit denen man die Kamera befestigen kann. Das ist extra so eine Klammer. Also die ist ziemlich fest. Also mit dieser Klammer kann man iPhone hier sehr gut befestigen. Also es geht natürlich nicht nur um iPhone. Man kann mit jedem anderen Smartphone genauso gut filmen. Und ich mache das immer so, das Telefon bzw. iPhone, Smartphone, nennen Sie wie Sie es wollen, kommt hier rein. Und so haben wir schon mal eine ganz andere Möglichkeit. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir hier wie mit einer richtigen Kamera so gehen und filmen. Es ist auf jeden Fall viel stabiler, als einfach so iPhone zu halten. Und ja, also es ist einfach besser. Man hat was in der Hand. Also auf jeden Fall feine Geschichte. Und bei diesem Stativ, also ich will jetzt nicht für irgendeine bestimmte Marke werben. Das ist aus Amazon für 20 Euro. Also das ist auch so eine Art Gorilla-Port. Also hier kann man die Füße biegen. Man kann iPhone zum Beispiel irgendwo befestigen, samt Stativ. Das funktioniert ganz gut. Ich habe schon auf den Bäumen befestigt. Ich habe schon jetzt gerade auf dem Skelett. Ja, das passt auch ganz gut. Und ja, also so können wir sagen, okay, also wir haben jetzt wirklich was Feines. Also das ist jetzt befestigt. Und wenn wir filmen, gut, das ist jetzt falsche Richtung, dann kann ich sagen, okay, also ich kann jetzt hier mein Objekt auswählen. Einfach auf Rekord klicken und schon geht es los. Auf jeden Fall feine Sache. Kein großer finanzieller Aufwand. Und es funktioniert ganz gut. Ist auch sehr stabil und kann ich einfach jedem empfehlen. Was Ton angeht, Ton ist natürlich eine andere Geschichte. Also Ton zeichne ich immer separat auf. Ja, das ist immer ganz wichtig, weil ich lege Wert auf guten Ton, auf gute Soundaufzeichnungen und gut. Also die Spuren werden dann später ausgetauscht beim Schnitt. Also so läuft es dann. Okay, das war's. Also ich hoffe, ich konnte einem oder anderen einen Tipp geben dazu. Und ganz wichtig, das hier. Wenn Sie filmen wollen, dann erst mal putzen, besonders die Stelle, wo die Kamera ist. Ja, von einer Seite, von der anderen Seite, dann kann nichts passieren. Und falls Sie eine Folie auf dem Display haben, weg damit. Ja, einfach in den Müll schmeißen, weil manche Folien, die bekleben auch die Kamera. Es gibt natürlich Folien, die eine Aussparung für die Kamera haben, die gehen natürlich. Aber ich habe schon gesehen, mit Folie die Kamera zugeklebt. Dann hat ein Mädchen mit so einem Smartphone, mit foliertem Smartphone fotografiert. Da habe ich mir gedacht, was wird aus diesem Bild? Ja, es wird natürlich gar nichts. Okay, das war's. Also ich würde sagen, viel Spaß beim Filmen mit Smartphones. Viel Spaß beim Fotografieren mit Smartphones. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Ich habe noch ein paar Themen, die ich für Sie wieder aufnehme.